Ich hab gleich ein cooles Foto mit dir vor. Oh Mann. Reed, hast du fertig? Da hin mit Hosen! Reed, geht's dir gut da oben? Ja, ich wollte mal ein Bild machen, wo es ein bisschen niedriger ist. Kannst du dir sonst auf den Crusader einfach davor stellen und dich da drauf positionieren? Sie sind eigentlich. Das sieht ungesund aus. Ich lass das unten kommentiert. Ja, falscher Gang. Erst mal, das ist das ein bisschen verraten. Das ist ein bisschen verraten. Das ist ein bisschen verraten. Das war's für mich. Vielen Dank.